Ich steig mal zusammen. Ich bin so ein Schwüß. Ja, komm Tim. Ist gut. Wir machen jetzt los. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Servus. Ein kleiner Report von mir. Tim, sehr betrunken. Und sehr schwer. Mein Nacken tut sehr weh. Wartet mal. Ich schwitze wie ein Schwein. Wie läuft die Brühe runter? Du bist richtig böse. Nee, nicht mich. Doch, du bist drauf. Du kommst auf YouTube. Du kommst auf YouTube. Wer bist du? Ja. Dann hast du eine Uhr. Meine Uhr ist so betrunken. Wenn du das Video siehst. Ich sag dir nur eins. Tim ist eine fucking Schlampe. Der Tim belästigt Leute. Tim hat Armin begrapscht.